Ceb auf Türkisch, Ceb auf Arabisch und auf Deutsch ist es die Hosentasche. Haiwan auf Türkisch, Hayawan auf Arabisch und auf Deutsch ist es das Tier. Kitab auf Türkisch, Kitab auf Arabisch und auf Deutsch ist es das Buch. Seytin auf Türkisch, Seytun auf Arabisch und auf Deutsch ist es die Olive.